Du denkst, Tischtennis ist nicht mehr als Ping-Pong und eine Sportart, bei der man sich nicht bewegt und nur am Tisch steht? Da müssen wir dich leider enttäuschen. Ein Bundesfreiwilligendienst im Tischtennis wird dich davon überzeugen, dass es der spektakulärste Sport der Welt ist. Stell dir einmal vor, du absolvierst beim Deutschen Tischtennisbund einen Bundesfreiwilligendienst. Das würde dich erwarten. Du arbeitest sechs bis zwölf Monate in einem Verein und bekommst dabei viele Einblicke in Kinder- und Jugendtraining und die generelle Vereinsarbeit. Dabei hast du die Möglichkeit, deine Aufgaben eigenständig zu bearbeiten und dich auch in anderen Bereichen weiterzubilden. Als Belohnung erhältst du ein Taschengeld von 300 Euro und einen monatlichen Mietzuschuss. Als einer von zwei BFD-Sprechern kannst du dich für andere einsetzen und als Vermittler für den Deutschen Tischtennisbund arbeiten. Innerhalb deines Dienstes hast du 25 Seminartage, die du mit allen DTTB-Bufflies verbringst. Am Anfang steht das Einführungsseminar. Dort erhältst du einen Überblick über das, was dich in deinem bevorstehenden Dienst erwartet und knüpfst erste Kontakte zu deinen Mitstreitern. Außerdem belegst du die ersten Seminare für deinen C-Trainer-Schein, wenn du diesen zuvor noch nicht erworben hast. Weiterhin belegst du ein politisches Bildungsseminar, in dem du deine gesellschaftlichen Fähigkeiten außerhalb des Sportes schulst. Während der Seminare geht es allerdings nicht nur um die sportliche Weiterbildung, sondern auch um die berufliche Orientierung und gemeinsame Gruppenaktivitäten wie Kanufahren oder gemeinsame Kartenspielabende beziehungsweise der Besuch einer Großveranstaltung wie den German Open. Und nicht zu vergessen, unsere pädagogische Begleitung, unser Sonnenschein, der dir das ganze Jahr mit Rat und Tat zur Seite steht. Wie du also mitbekommen hast, ist unser Sport vielseitiger als du denkst und bietet dir auf jeden Fall attraktive Möglichkeiten für deine Zukunft. Lust bekommen? Bewerben kannst du dich auf der folgenden Seite. Viel Spaß! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR